Das ist die Deutschland-Premiere, die Exklusiv-Premiere von der Out-of-Style-DVD. Die gibt es am Ende März, aber heute Abend gibt es sie zum ersten Mal mit Bonus-Material hinten dran. Das gibt es nicht für die anderen, die diese DVD kaufen werden, das gibt es nur für euch heute Abend. Bevor ich jetzt lange weiterrede, sage ich, herzlich willkommen, Tervetuloa, oder sowas ist es Finnisch, und welcome to Sunrise Avenue! Guten Abend, darling. Guten Abend. Ich weiß nicht, was wird passieren, aber wir machen eine DVD, die wir in Bochum zeigen können. Ich denke, wir wissen nicht, was wird es sein, was wir sehen, denn wir haben es nicht gesehen, denn wir haben es gesehen, wir haben es gesehen. Wir sind sehr, sehr busy, um, doing something, um, for the last few weeks, we know that the sound is pretty all right, because it's the German audience, and it always sounds really, really nice, but, uh, no, you know, we love it. But, you know, we hope you like what you're gonna see, and we, even more, we hope that you're gonna join us for the tour in a few weeks, because we're gonna start the tour in a few weeks, because we're gonna start the tour in a few weeks. Victor, what do you want to say to the people in the theater number ice? Viel Spaß! Viel Spaß, grâce anywhere. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! We're away from walking.